ja hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video in diesem video geht es mal wieder um bildbearbeitung habt ihr auch schon was vorbereitet das seht ihr dann gleich leider konnte ich das was ich eigentlich vorher hatte nicht produzieren weil zeitlich ist das alles im moment etwas schwierig eventuell wird sich auch vom video ausspielungszeitpunkt etwas ändern vielleicht auch einen anderen tag das muss ich dann halt sehen weil neue stelle wo ich anfange ändert sich halt auch einiges dadurch bei mir von der zeit her muss ich dann sehen aber das werdet ihr dann schon früh genug erfahren also von daher gehen wir runter auf dem desktop und schauen uns dann mal an was wir da machen können bis gleich so hier sind wir auf dem desktop ich habe hier schon ein bild vorbereitet und dieses bild möchte ich jetzt mit euch zusammen bearbeiten objektivkorrektur habe ich schon vorbereitet in pure raw 3 also brauchen wir das nicht mehr also machen wir hier ganz normal meinen durchgang hier bei meinem preset toolkit paket die highlights die werden wir auf jeden fall mal ein bisschen reduzieren tiefen brauchen wir eigentlich also die shadows brauchen wir nicht wirklich dann das motiv werde ich ein bisschen aufhellen den hintergrund machen wir auch noch mal ein bisschen heller so dann die gradationskurve wähle ich soft das ist ja seit der version 1.6 neu hinzugekommen genauso wie hier color grading und sättigung des weiteren auch tieres soft macht den ganzen look ein bisschen anders ein bisschen soft war weicher also das ist mir jetzt neuerdings wichtig ob so bleiben wird weiß ich natürlich noch nicht dann gehen wir mal ein runter dunst entfernen kalibrierung habe ich hier auch soft hinzugefügt werde die sättigung insgesamt noch mal etwas reduzieren so nachdem wir das gemacht haben schicken wir das erstmal nach gradient photo damit der halt noch mal rüber guckt sage ich mal weil ich meine bilder ab und zu auch mal ausdrucke radian photo hat halt da den vorteil dass er da schon die bilder dementsprechend handhabt dass die halt gerade zum drucken sehr gut balanzt werden damit man die ausdrucken kann und da keine probleme entstehen deswegen nutze ich eigentlich hauptsächlich nur noch radian photo so das hätten wir auch gemacht dann würde ich sagen wir kroppen das ganze ein wenig weil oben ist mir etwas zu viel luft und dann würde ich sagen so ungefähr werden wir das kroppen dann schicken wir das nach der neuen version topaz photo ai 2.0 ist das glaube ich jetzt die neuen features da nutze ich eigentlich nicht wirklich im moment zumindest das ist ja einmal das mit dieser mit diesem lightning und balance color das brauche ich eigentlich nicht also von daher nutze ich das zurzeit nicht es gibt hier halt bei schärfen und beim move noise gibt es da halt jetzt diesen standard 2 der ist halt neu hinzugekommen aber für mich reicht das eigentlich so erstmal von daher brauche ich das da auch nicht ja es gibt halt heute noch mal bildbearbeitung es ändert sich einiges bei mir jetzt in nächster zeit deswegen weiß ich noch nicht ob ich das zeitlich so immer weiterführen kann also das freitags um 18 uhr die videos online kommen muss ich dann halt mal schauen also von daher es könnte sich ändern in nächster zeit wie genau werde ich dann sehen ja weil wie gesagt neue stelle und da ist alles ein bisschen anders so vignette und rauschreduzierung machen wir noch mit rein damit wäre eigentlich das bild schon fertig ich würde das jetzt hier mal exportieren und damit haben wir jetzt ein bild bearbeitet und könnte jetzt hier natürlich noch ein bisschen aufräumen diese blätter weg machen aber würde ich sagen muss nicht unbedingt sein von daher lassen wir das so ja das soll es eigentlich für dieses video schon gewesen sein wie gesagt ich bin auch zeitlich im moment etwas unter druck viele termine muss viele rennerei von daher müssen andere videos die ich eigentlich machen wollte etwas zurückstehen aber die werden auf jeden fall kommen also von daher abonnieren liken teilen kommentieren bis zum nächsten mal bye bye und ciao